Ja, dann fick dich doch Twitch. Ohne Spaß. Fick dich Twitch und hallo YouTube. So sieht's aus. Sepp und Peter sind mit dabei bei Battlefield Hardline. Ja, der ist Starter. Wir spielen auch im High Tension Modus Blood Money. Ach, nur wenn die meckern? Okay, ich ruf mal auf. Breaking News. Ja, wir müssen Kohle sicherstellen und die anderen müssen die klauen. Jeder braucht Kohle. Was sind wir denn? Wir sind Criminals. Peter, komm doch rüber. Bist du nicht Criminals? Weiß ich nicht. Oh fuck. Ich bin Police. Ich will nicht Police. Okay, jetzt möchte Windows den Farbenmodus ändern. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist. Wir fliegen natürlich hiermit. Ah, da ist schon jemand drin. Oh Gott, was ist denn? Hey, du fährst mich. Ja, du fährst mich. Bei mir Pflichten der MG. What the fuck? Ja, das ist Peter. Alpha? Beta? Oh, wir werden schon anvisiert. Schieß mal. Ah, ich bin raus, ihr Idioten. Wiii. Waii. So, Junge, jetzt fahr mal, Junge. Junge, fahr mal, Junge. Ich schieß jetzt hier einfach. Wir werden schon abgeschossen. Ich find das Polizei. Aua, Aua. An der Rolltreppe sind zwei. Last Man in Squad. Drei. Hammer, ich bin der Last Man in Squad. Ja, wir haben ja auch nur ein Zweier-Squad-Zip und ich bin gestorben. Wieso habe ich denn einen Sniper? Komma, geil. Weil du wahrscheinlich, äh... Professional habe ich genommen. So, was soll ich sagen? Okay, da seid ihr geilen, Luder. So, den machen wir erst mal weg. Mal jetzt hier den Pro-Sniper runter. Jetzt zeig ich euch mal meine Sniper. Oh, ohne Spaß, der Typ, der hier bei mir fährt, ne, der kann überhaupt gar nichts. Ah, Christian ist jetzt drin, da, warte, jetzt hab ich rein. Wie gehe ich wieder rein? Der Typ, der gerade drin war, der kommt echt null. Jetzt fahren wir mal zu unserem Geld hier. Ist das eigentlich die gleiche Battlefield-Engine? Können wir jetzt hier einfach... Ne, wir können nicht hier einfach rein. Okay, wir können das auch nicht kaputt machen. Ach, das ist unser? Ja, dann knall ich den mal nicht ab. Aua! Granata hat mich mal am hart gesnackt. Jawoll, Propeel am Start. Ich treffe mich mal aus zwei Metern, wenn sich der ziellich bewegt. What the fuck, wieso kann ich da verlooten? Das war aber... Hey. Ich kriege das voll gut mit dem Auto, da können wir spawnen. Ja, ne? Wieso steht eigentlich der Helikopter hier rum? Oh, ich werde revived. Hammergeil. Wow. Okay, ich werde nicht mehr stoppust. Ich sehe schon, wenn wir mal einen Taktik-Shooter zusammen spielen, das wird... Awesome. Nicht funktionieren. Nicht funktionieren. Oh, was? Jetzt haben wir hier drei Leute niedergestreckt. Da kommt noch ein vierter trotzdem noch an. Das geht. Hier. Tötet ihn. Wieso höre ich gerade Musik? Ich höre gerade irgendwo Musik. Ich höre gerade irgendwo Michael Jackson. Warum schießt der auf mich? Ist der verwirrt? What? Oh Gott, da ist ein... Alter, ich sporen... Ich bin spawnen und sterben. Da ist ein Hardened Attack Truck. Oh, und ich bin an meinem linken Bein. Ich habe kein linkes Bein mehr. Das sehe ich gerade unten. Echt? Ja, wenn du stirbst, hast du unten rechts so eine Figur. Und ich schätze mal, da mein Bein rot war. BAM! Jetzt sehen wir mal die UMP hier. Oh, guck mal da. So, wir sind da hinten drin. Warum bist du kurz? Stimmt, schlimm. Schlimm stark. So, ich sammle jetzt hier Geld auf, ja? Ja, an unserem Vault, Penner. Nee, nicht an eurem Vault. Nee, nicht an eurem Vault. Herz auf mich. Oh Mann! Ja, aber unser Vault ist being raided. Da müssen wir jetzt hin. Ich meine, wir haben ja eh nur 300.000 da drin, aber besser als nix. Ja. Lass mal, lass mal lieber die Ding. Das kann nicht sein. Wo sind die denn? Ich habe die sind schon weg? Nee, ist keiner. Okay, Vault ist safe. Schwingen wir uns aufs Motorrad und fahren wieder zum Money-Pile. Bullshit! Ich treffe nix. Wolle erstmal das Motorrad nehmen. Wenn du die Enemy Vault nimmst, dann klaust du denen einen Teil von ihrem Geld oder was? Bis du halt deine maximale Traglast erreicht hast von, weiß ich nicht, 500.000 oder so? Einer Million oder so. Weiß ich nicht. Du kannst mit Motorrädern Mauern kaputt fahren. Was? Was ich ziemlich abgefahren finde. Etwas unrealistisch auch, aber gut. Finde ich gut. Ich bin der Schnellste auf der Welt. Ich habe kein Tor so mehr. Mimimimimimimimimimimimimimimim. Ich habe vor allem Geld und fliehe. Hilfe! Glock mich doch nicht! Armut, SUV? Oh, das ist doch auch ganz gut. Was ist das für eine Hupe? Schnell mit dem Geld fliehen! Mit 300.000! Das ist aus den alten Battlefield-Zeiten geworden. Boah, Alter! Ich war ja wie die letzte Oma hier! Ja, das wundern die aber auch nicht. Jetzt haben wir hier mal was anderes. Alter! Da, der ist Armut, der Penner. Da kannst du schießen, wie du willst. Hoi, hoi, hoi! Cash deposited, 300. sagen wir mal 300 seine ausgestiegen ich kenne die ganze zeit mit dem robot rescue vehicle und so ja das ist sowieso voll der spacken ja gut aber wenigstens mann wieso komme ich nicht raus meiner mann jetzt bin ich besser um bei fahrersitz ich weiß nicht plan zu sein ich war ich kann sie auch die kamera wechseln war ja habe ich gerade gemacht damit ich überhaupt mal sehen was ja ich fahre gerade durch der taxi mit cash mit cash also noch mal fahre ich jetzt nicht zu dem wollt nicht wenn da der alter ist ja abgibt so fährt das auto nicht meine granate ist nicht gespriziert oder maximum cash baby meine granate ist nicht jetzt ach so ich hab die grasker das war ja clever ich sehe nichts mehr nein ich wollte gerade alles weg snacken erst mal hierbei mitfahren wer bist du wie heißt du kannst die kamera wechseln kann ich nicht weil fahrer geht das nicht kann das sein weil ich habe die steuerung umgestellt war erst so als beifahrer geht es nicht als fahrer geht es aber ich bin mal level 3 wo ist denn da der unterschied bitte rock und exekutiv machen immer mehr exekutiv ach du heilige scheiße wie viele seid ihr denn da habe ich euch schön hat geld geklaut die affen aber hier sind wollen ist ja richtig geil mit den häusern das wird ja ein spaß möchte jetzt gerne bei euch ins team moment konnte man nicht nur links und rechts und mit der maus seit wann trägt man sich den damit war es schon immer so es geht auch ich hoffe du machst gerade was besseres christian ich versuche gerade diesen heli da machen kann man sagen ich habe ihn platt gemacht dann ändern wir doch mal selbst nein ane in das hat das habe ich nicht gesagt das stimmt nicht doch doch du bist jetzt nein 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 sowieso habe ich hier nicht getroffen damit vom hochhaus action landung machen ist ein abseilen ich soll mich vom hochhaus abseilen aber ich weiß nicht wie das geht wieso kann ich denn den arm aus was hast du mich denn abgeschossen ich habe dich gar nicht abgeschossen ich habe mich getötet vom wort ist ja echt mal ich habe schon wieder kein torso mehr ich verliere ziemlich oft mein torso aber ein kleiner mieser camper aber das nicht mehr kein torso mein rechter arm geht okay mein ton fehlt gerade alles nicht so schlimm alles dran ist noch alles dran ist noch alles dran wir haben doch viel mehr geld als wir heute mit dem das mit dem ganz lustig mit dem heli fliegen da klappt es aber witzig dass es die gleichen probleme wie damals so ein bisschen mehr betten ich werde beschossen und bin tot bei battlefield gab also du hast halt auch teilweise wieder sound aussetzer und also ein kram das kenne ich eigentlich von der letzten battlefield beta voll witzig wie viele leute ich jetzt hier schon gesehen habe teilweise aus dem netzwerk teilweise andere youtuber da nun karte habe ich schon gesehen ein quantum pro habe ich schon gesehen voll witzig aber mir bitte sowieso ich kann ja nicht mal nachgucken wie viele uns zuschauen lass mich doch mal hier durch mich lässt auch nicht durch das sind wir fliehen wir fliehen aber hier laufen irgendwo leute rum er bekämpft da gerade so ein bisschen unseren spot oh nein der heli der heli macht mich komm schon lad doch mal schneller nach oh nein der hat mich gekillt was da killt mich ohne spaß der heli verwirrt mich dadurch das jetzt so dumm ist zu fliegen aber mich hat er gemacht der art hole die pläuen alles wieder so leute wie viel geld wir verborgen das war gewohnt chaotisch bei der ersten runde für die erste runde oder zweite oder dritte ich will jetzt mal mit euch habe ich das schon ja das müssen wir jetzt mal bewerkstelligen ja peter dann dann wechseln so es funktioniert übrigens so dass die kohle die man sich frei spielt davon kann man sich dann waffen aufsetzen und neue waffen kaufen und also kram ein bisschen wie bei black ops magst du noch erklären wie man an der beta teilnehmen kann das fragen nicht ganz ganz viele im stream du konntest ja nicht mehr weiß ich nicht du konntest du es doch einfach bei origin oder so beantragen oder du musstest dich anmelden du musstest dich anmelden und wenn die jetzt keine keys haben irgendwo auf der internetseite ich weiß nicht ob ich vielleicht haben ja noch keys ich habe keine ahnung wer soll ich das wissen auf jeden fall bei augen nicht einfach gucken ich bin auch keine support mit der geld ja man muss geld klauen leute und dann zeigen ja oder du bekommst halt sagen wir mal wenn du jemanden abschießt dann bekommst du nicht punkte wie bei battlefield sondern du kriegst dafür kohle so ein bisschen wie bei keine ahnung genau black ops damals war es doch bei black ops oder wo man diese ganze coole geschichte eingeführt hat ich glaube schon die sagen die ganze zeit ich soll mich vom hochhaus abseilen dann schreibt mir dabei wie das geht dann mal es gibt als gadgets gibt es so ein crossbow zum beispiel wo du so eine zipline mit wegschießen kannst das funktioniert aber nur auf zehn meter hammer ich glaube das ist aber dann was anderes wenn die davon ab zu sein du kannst einfach runterspringen und den feldschirm aufmachen muss ich mir mal customization angucken jetzt muss ich diesen zu leid wir hängen natürlich nur eine runde dran weil irgendwie so eine zehn minuten runde hammeröde ist gleiche match gleicher modus und peter versucht jetzt rüber zu kommen kann er nicht das geht nicht du hast ja nicht die möglichkeit doch wechseln ach so leute echt die möglichkeit gibt es nicht nein wir müssen theoretisch den zauberer wechseln es gibt doch keine squads moment so hier könnt ihr dann euer geld ausgeben wir sind im spot team ja ja ich weiß aber wo ist die wo ist der menüpunkt kann sich auf der erwerbseite noch registrieren stand da gerade das gute es gibt keinen menüpunkt team werden es gibt auch keinen menüpunkt spot also das ist wohl noch nicht verfügbar einfach das spiel noch eine runde gegen uns und dann machen wir nächste runde genau wenn wir mal die 90 hat eine höhere accuracy als die um p 45 bitte was sind nicht die realistischen unbedingt es geht und dann irgendwie auf wechseln drücken ja das steht nirgendwo warte reib von spongebob team set up geht ja ach so das dürfen wir noch nicht weil wir das noch nicht anlockt haben okay dann dann mit dem ding erst mal so haben wir dir jetzt moment ich kann schon den squad lieben ja das stimmt ja gut keine ahnung was hat schon wie schnell fällt denn hier bitte die granate wieder oder die rakete wieder runter und jetzt gibt mir doch mal hier mehr cash das kann doch nicht sein das hat sich immer so lange dauert und jetzt schalldämpfer das habe ich das cool ich hab da ein bisschen gar nicht gerade gekillt haben hier der war max cash der der muss doch immer leben verlieren ich habe doch eine gaskollert hingeworfen wieso ist er denn da völlig unbeeindruckt von wie peter manche schreiben alter vier soll helfen die sind ja witzig war was tut man muss tot sein um das team wechseln zu können ist noch mal hier ist das schon mal eine gute ansage so da ist diese supply man hat halt noch eine gasmaske grappling hook damit kannst du dich wahrscheinlich abseilen und das will ich mal angucken bekämpfen unsere world also ich habe ein baseball schläger und gehe jetzt erst mal durch die höhe ich werde jetzt die leute hause an den kaputt irgendwie zu stunden was haben wir denn das team der dach ich habe jetzt eine taser gar nicht hat ach geil gekauft damit macht man halt kein lol da habe ich einfach mal hart daneben gehauen moment da kam gerade jemand mit dem truck angefahren kannst du einfach in alle autos einsteigen die hier sind warte wie habe ich denn 400k gerade gekarriert das ist doch wir unsere volt bekämpft ihr seid solche wuren bei euch ja was anderes macht ihr doch auch nicht bei mir kam doch auch hier von unserem volt gerade leute entgegen von euch also mein gott hat das gerade keinen sinn gemacht solch ist das gewollt ist being rated ja super kein schwein interessiert ich habe wieder kein fahrzeug gewählt das war auch sehr clever bei mario kart 3 soll irgendwie ein problem sein schreibt der bram gerade mario kart 3 was ist das denn für eine aussage folge 3 also wie viele leute bei uns im volt sind jawohl hier einfach mal niedergemoscht die sau hier muss ich mal ganz kurz nachgucken alle unser geld oder was ich habe gerade zwei leute hier sind 45 bei uns obendrauf kämpft er nein mal dass ich das nicht wie bei battlefield bei capture the flag zu diesem maximalen camping game entwickelten dass das für die jahre das ist nämlich gerade das ist ein bisschen hart Wir werden gerade beim... Okay. Mario kann das nicht recht machen. Wow! Ey, da fuhr ein Motorrad. Kämpft ihr eigentlich immer noch unseren? Ja. Ja, ihr macht das auch. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ja, bei ihr. Ich mach das ja auch nicht. Wobei jetzt schon... Oh, ich muss hier weg! Ach man, da waren zwei, drei. Alter, ich wollte doch nur weg. Oh, wo kommt der denn jetzt wieder her? Ich hab irgendwie das Gefühl, den Lab ist zu klein. Ja, die spawnen halt da alle, ne? Wo hab ich denn 100.000? Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Ne, Moment. An deinem Vault spawnst du aber wirklich nicht. Ach nee, das stimmt. Da geb ich dir recht, Christian. Hab ich... Na gut, ist das nicht. What the fuck? Wieso steck ich denn? Nein! Was denn? Wieso join ich denn im Hubschrauber und bin dann Pilot? Ah, ich bin Sniper, ich muss da oben drauf campen. Davon muss ich im ganzen Helikopter verschwinden. Hast du gerade gesagt, warum join nicht im Hubschrauber und bin dann Pilot? Guck mal auf, hier. Ja, wo ist die denn? Neu! Keis Angewohnheit, wenn man einen kaltgemacht hat, direkt nachzuladen. Das ist zum Kotzen manchmal. Komm schon. What the fuck hast du gemacht, Sintenwerfer? Oh mein Gott! Na PG! Fuck you! Ich stand obendrauf und hab einfach runtergeballert. Ah, der hat nämlich getasert, der Arsch, der SpongeBob. Mit zweimal tasern tötet man einen. Ach, scheiße, jetzt hab ich die ganze Zeit vergessen, immer das Team zu wechseln. Da kommt ein Auto angefangen. Da hab ich schon neu gesehen. Da sitzen total viele oben drauf. Machen wir die mal platt, die Penner. Peter, willst du nicht mit Wäsche? Ja, ich will dir hart an die Wäsche. Peter, will mich hart? Oh! Uiuiui! 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 Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh, Christian macht's schon zu Ende. Wie, ich mach's schon zu Ende? Wir haben null, Sepp, ne? Watt, wieso haben wir null? Weil die uns die ganze Zeit die Sachen klauen. Bei unserem Wolf waren die ganze Zeit vier, fünf Leute. Die werden da rummaßen. Ich hab grad... Wieder einer. Da schien wir gerade einen mit nem, äh... Schläger zerstört. Echt? Peter, der alte Hooligan, ey. Ja, ohne Spaß. Ich wollte den eigentlich messern und hab ich auf einmal so einen Baseballschläger rausgeholt und hab den voll überge... eine übergeknüppelt. So, Sepp, genau. 500.000 ist das maximale, was man tragen kann. Jetzt führen wir nämlich wieder. Leute, hinter mir war einer. Da ist einer. Boah, ich hab ihn noch gesehen, den... Ja, da war ein Truck. ...Typen, ey. Wieso haben wir denn nur noch 0,7? Ja, weil ihr die ganze Zeit bei uns klaut, ihr Spackos, ey. Wieso verteidigt bei uns denn keiner auch? Ja, ohne Scheiß, die hocken alle bei denen, ey. So, ich will jetzt wissen, was hier der... So, mal gucken, was der kann. So, ich hab jetzt mal hier den Dicken rausgeholt. Und meinen Schwengel rausgepackt. So, dann begleite ich dich mit deinem Schwengel. Okay. Ich muss übrigens... ...zu unserem Vault. Der wird nämlich gerade schon wieder ausgeraubt. Worauf schießt du? Da ist so ein Spacko. Sehr gut. So, der ist tot. Ich muss unser Geld zurückholen. Wann haben wir denn drin? 1,4, okay. Der ist immer oben rausfahren, glaube ich. So, wir müssen den Himmel verteidigen. Wir haben einen Suspekt hier! Fuck you. Bitte was? Ist der in der Arsch? Hat der mich gerade durch den Schild erschossen? Geh mal aufs Hochhaus. Also bei uns sind wieder vier Leute oder so an dem Truck, Sepp. Okay. Geh mal wieder aufs Hochhaus. Äh doch, fahr mal links um die Kurve. Dann nochmal links. Unten rein, meinst du? Und dann hier nochmal links. Stimmt. Warte, ich fahr die Karrieren. Mann, warum haben die denn hier so ne... Fuck... Alter, wie geht denn jetzt? Der Kran stützt wieder ein. Okay. Wie nur Rauch. So smoke in the smoke. Oh! 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 Der Kran ist in! Oh fuck. Da ist er. Christian, töt ihn! Womit? Ich werd den jetzt schilden. Komm her! Nein, nicht mich von hinten beschießen! Ey, die rennen alle weg, die Spackos! Hammer. Der hat dich getasert. Der hat dich getasert, ja. Taser gibt's auch? Ja, die kannst du kaufen. Oh man, da dreht er sich genau um in dem Moment, wo ich auch schießen will. Das ist doch scheiße. Ich bin doch gerade wieder voll scheiße. Die erste Runde war besser. Alter, das sind total viele wieder... Als welche Klasse kann man sich Taser kaufen? Keine Ahnung, alle. Wo steht denn? Das geht wahrscheinlich nur als Polizist war. Ey, was willst du denn mit dem Taser? Äh, Sepp fahr mal wieder mit dem Meer ich schon wollt. Keine Ahnung, es besteht witzig. Fuck you, ey. Sie alle unser Geld wollen, ey. Wie ich das hier nur verteidigen bin. So sieht's aus. Nur am verteidigen bin. Da unten liegt doch nur Geld, warum nimmt das keiner mit? Ja, weil die alle dumm sind. So, ich trage mich jetzt mal in 400.000. Hinter dir ist einer. Leut! Ach, da war der Ziel! Fedaaa, was war da los? Komm, ich muss mal schnell 400.000 reinpacken. Jawoll. Oh, kein Problem. Habt ihr ein Schild? Haben wir 3,2 Millionen, die hatte. Da hab ich ein Schild, aber den hab ich gerade nicht benutzt. Hier vorne ist doch wieder einer. Alter, hier oben sind total viele. Uiuiui! Okay, das Visier. Ich seh keinen. Zu viel Rauch. Da ist der Peter. Hast du das, Christian? Neuer Peter. Neuer Peter. Ach, mit der fucking RPG, ey. Ach, mit der fucking RPG, ey. Peetspeet, kid! Na gut. So, ich glaub, wir verlieren aber, oder? Ne? Machst du mal vorne, alles gut. Ne, alles gut, alles gut. Weiß hier gar nicht, was abgeht. Ich nehm jetzt mal hier einen anderen Klasse. Ja, tüttet sie alle, Jungs! Tüttet sie, Jungs! Tüttet sie, Jungs! Haben sie alle wieder bei uns in der Bude hocken, ey? Alter, ihr seid kurz vorm Gewinden da. Ja, ist so richtig so. Ja, natürlich, weil ich hier so hart verteidige, ey. Gegen euch, Spackos. Ich werde auch unseren Volt jetzt hart verteidigen. Da wird nix mehr geklaut. Wo ist der? Da hinten rennt einer bei uns rum. Du kannst die markieren mit Kuh, ne? Right there! Oh, ich hab motherfucking geschickt! Oh nein, jetzt werde ich flankiert. Da ist direkt einer. Ja, sehr gut. Da sind nochmal zwei. An der gleichen Stelle vor unserem Volt. Drei! Da sind ultra viele. Jawohl, haben wir gewonnen! Wieder gewonnen! Ja, natürlich! Ich hab zwar nur 6,10, aber... Naja, 17 Kills, ey. Jo, Team Lost, Mama! Inzwischen bist du gar nicht hier Scoreboard? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin echt hier Defending Guy, ey. Oh mein Gott. Ja, scheint sich jetzt zu los. Nächste Runde, nächste Runde schaffe ich zu euch zu kommen. Wir machen jetzt aber mal kurz eine Werbung, Leute. Und ich gucke in der Zeit mal, was abgeht. Und, äh, sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!